Hallo, willkommen bei René Stoltz. Mein neuer Track Facebook, das beste Buch der Welt. Wir machen erst mal eine kleine Ansage. Also das ist mein neuer Track, den habe ich in Schweinfeld aufgenommen und ich wünsche euch viel Spaß dabei, weil ich weiß nicht, ob der was für euch geeignet ist, aber wir probieren es nochmal aus. Wenn ihr ihn gut findet, macht einfach Daumen hoch, wenn ihr ihn schlecht findet, Daumen runter. Okay? Also los geht's. Facebook, das beste Buch der Welt. Facebook, das beste Buch der Welt. Yeah. Hallo. Was geht denn, Alter? Ja, wir sind bei Facebooker heute jeden Tag. Und alles, was wir machen, ist ja klar. Facebook, Facebook, ich liebe dieses Facebook. Ihr auch, ihr auch. Da macht den Daumen hoch. Ich liebe euch, ich liebe euch, ich liebe unser Facebook. Ich liebe euch, ich liebe euch, ich liebe das beste Buch. Facebook, 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 ich liebe dieses Facebook. Ohne Facebook geht es nicht. Ohne Facebook geht es nicht. Sind ein paar Leute da, die sind Arschlöcher. Doch dabei ist keine Bekannte. Doch wir sind ja alle nur Verwandte. In Facebook, in Facebook, in Facebook gibt es viele Freunde. Doch wir haben nur Scheiße. Facebook, Facebook, das beste Buch der Welt. Facebook, Facebook, ich mache, was dir gefällt. Facebook, Facebook, das beste Buch der Welt. Facebook, Facebook, wenn ihr macht, was dir gefällt. Facebook, 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 ich liebe dieses Buch. Ich liebe dieses Buch. Facebook, 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 schreibe dieses Facebook. Yeah. Dankeschön. Und klickt auch weiterhin meine anderen Videos an. Mein Kanal, youtube.com slash redestolz. Danke fürs andere. Danke fürs.